Atemstörung in der Nacht, Schnarchen und Schlafapnoe. Guten Tag und herzlich willkommen zur Klinik-Sprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken. Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Heute geht es um das Schnarchen. Das kann ja ganz schön lästig sein, vor allem auch für den Bettnachbarn, aber auch für den Betroffenen selber kann es sogar gefährlich werden, vor allem dann, wenn Atemaussetzer dazukommen. Wo kommt es her, das Schnarchen? Wie kriegt man es wieder weg? Das ist heute bei uns die Frage. In der Asklepios-Klinik St. Georg kann man eine Schlafdiagnose jetzt auch in der Tagesklinik durchführen lassen. Allerdings eine Nacht muss man dafür schon Zeit haben. Und wie das funktioniert, auch darüber sprechen wir jetzt. Bei mir ist Prof. Dr. Jens E. Mayer. Er ist Chefarzt der Abteilung für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, Kopf- und Halschirurgie und plastische Operationen an der Asklepios-Klinik St. Georg. Schön, dass Sie Zeit haben. Und sagen Sie mir gleich, warum schnarcht der Mensch? Ja, Schnarchgeräusche entstehen im Wesentlichen im Mund-Rachen-Nasen-Bereich durch Bewegungen der Schleimhäute letztendlich, vor allem im Zungengrundbereich, Mandelbereich, Weichgaumbereich, Zäpfchen. Da entstehen die meisten Schlafgeräusche, am häufigsten Schlafgeräusche und Schnarchgeräusche. Und das ist das, was wir hören. Ursachen sind vielfältig. Man kann grob sagen, dass es zwei große Versionen gibt davon. Einmal ist es das, wo Patienten eine zentrale Fehlsteuerung haben vom Schlafen oder Atmen im Schlaf sozusagen, was im Gehirn vorkommt. Das ist aber eine eher seltene Erkrankung, meistens mit neurologischen Erkrankungen verbunden. Also genau, degenerativen Erkrankungen, zum Beispiel Alzheimer, ein Beispiel zu nennen. Aber auch andere gibt es dort. Und dann gibt es das Pendant dazu, also wenn man zentral was hat, dass es an den Peripheren, also an den Endorganen sozusagen Probleme gibt. Und das ist das, was uns im Hals-Nasen-Ohren-Bereich häufiger betrifft. Das sind zum Beispiel Sachen wie Nasenscheidewandverkümmung, schlechte Nasenatmung dadurch, vergrößerte Muscheln, Allergien zum Beispiel. Es gibt aber auch natürlich zu große Mandeln im unteren Bereich. Der Zungengrund ist zu groß, die Zunge fällt nach hinten, Rückbiss zum Beispiel. Solche Sachen spielen eine Rolle. Und dann gibt es die anderen 60 Prozent, eine Mischung aus beiden. Und das ist bei jedem Menschen individuell unterschiedlich. Also ich muss das jetzt nochmal für mich sortieren. Also ich kann verstehen, dass etwas anatomisch nicht so ist, wie es sein könnte. Also zu dicke Mandeln meinetwegen, schiefe Nase, Muscheln, damit meinen Sie ja diese beiden links und rechts von der Nase, diese beiden Seiten, die dann vielleicht zu viel Volumen haben und deshalb die Luft behindern. Und dann atmet man ein und dann geht das nicht so richtig gut da durch. Und dann atmet man auch stärker ein und dann fängt das an hier zu vibrieren und das ist ein Schnarchen. So, das habe ich verstanden. Und da würde man dann ja wahrscheinlich als Arzt sagen, können wir operieren. Nehme ich mal stark an. Bei den anderen Geschichten, also Allergien, da fällt mir aber auch eins, so Lifestyle, also zum Beispiel Alkohol. Ja, gibt es auch, natürlich. Das ist heutzutage eine ganz große Sache. Nicht natürlich nur der Alkohol, sondern auch Übergewicht spielt eine große Rolle, immer mehr vor allen Dingen. Und macht und führt zu vielen Arten, Aussetzern oder Schnarchen im Schlaf. Da gibt es ganz viele Menschen und da haben die Deutschen momentan ja auch die Nase vorne in Europa. Und das macht natürlich auch viele Probleme, gerade weil der Alkohol zum Beispiel dafür sorgt, dass die Muskulatur schlafft. Und damit natürlich die muskuläre Gegenspannung zum Beispiel, wenn wir jetzt mal an die Zunge denken, noch schlechter ist und sie fällt weiter nach hinten. Und damit wird der Raum, durch den man atmet, hinter der Zunge quasi noch kleiner und dadurch entstehen dann entsprechend entweder Schnarchgeräusche oder und. Man kriegt gar keine Luft, weil der ganze Atemweg zusammenfällt ineinander. Und dann hat man eine sogenannte obstruktive Apnoe, also einen Atemursetzer, der durch eine falsche Bauweise oder eine zu üppige Bauweise bestimmt ist. Die ja bei Leuten, die übergewichtig sind, häufiger vorkommen noch. Ja, genau. Diese Schlafapnoe, über die sprechen wir gleich noch gesondert, weil die ja auch besonders gefährlich ist. Man kann dran sterben, tatsächlich. Das ist korrekt, ja. Und das wäre auch kein seltener Fall, dass man daran... Nein, hier ist es ungefähr so wie bei der Henne und dem Ei. Okay, das ist zuerst da. Aber meistens ist es halt so, dass die Patienten diese Schlaf- oder Atemstörung haben im Schlaf und die viele Jahre lang kultiviert haben, bis dann mal der Bettnachbar oder die Bettnachbarin sagt, du, im Schlaf holst du keine Luft, musst das mal abklären lassen. Das geht so nicht weiter. Oder noch schlimmer, er zieht aus dem Schlafzimmer aus. Das ist ja meistens dann der Grund, wo Patienten dann sagen oder Patientinnen und Patienten sagen, jetzt muss ich was tun und lass das diagnostizieren. Und dann ist es also schon viele Jahre gelaufen. Und dann kommt es häufig dazu, dass auch logisch ist, wenn Sie im Schlaf, das sollen Sie sich ja erholen, nachts. Da muss man ja sich regenerieren. Das heißt, wir müssen einen hohen Sauerstoffgehalt im Blut haben. Das heißt, regelmäßig atmen, damit der Sauerstoff ja auch nachgefüllt wird. Oder und natürlich muss das Herz entsprechend das Blut verteilen im Körper, damit es in allen Organen ankommt und man sich erholen kann. Und wenn eben das nicht möglich ist, weil man pro Zeit zu wenig Luft holt, also zu wenig heißt, eine Hypopnoe oder gar nicht Luft holt, eine Apnoe, dann führt es unterm Strich dazu, dass die Sauerstoff-Sättigung sinkt. Und das wiederum kann dramatischer, bis zu 60 oder noch weniger als 60 Prozent, normal ist es ja um die 90, über 90 bis 100, würde man sagen, wenn das so dramatisch sinkt, dann kann der Körper seine Regeneration nachts nicht erholen. Und das ist ungefähr so, als wenn man ein Auto tagsüber fährt und nachts in die Garage stellt, aber den Motor anlässt. Dann ist es auch irgendwann natürlich schneller kaputt, der Motor. Und das führt vor allen Dingen zuerst Kreislaufproblemen. Weil das Herz muss ja dann mehr pumpen, wenn weniger Sauerstoff da ist, pumpt es mehr rum, um die gleiche Sauerstoffladung in den verschiedenen Geweben zu deponieren. Und das führt dazu, dass es eben auch schneller schlapp macht. Und die Gefäße natürlich, wenn sie einen höheren Blutdruck haben, gehen auch eher und schneller kaputt und leiden darunter natürlich und funktionieren dann nicht mehr so gut. Und das ist halt das Problem. Und dadurch kommt das zustande. Das heißt also, je länger man diese Schlafapnoe hat, also diese Atemaussetzer in der Nacht, desto schlechter geht es dem Körper. Also weil er eben die ganze Nacht auf Höchsttouren läuft, aber auch so Verschleißerscheinungen am Körper selber ja einsetzen. Also der Blutdruck wird immer höher, dauerhaft wahrscheinlich. Das Herz hat immer mehr zu tun. Genau, das Herz steigt schneller oder wird schwächer. Der Blutdruck steigt an. Also ein Bluthochdruck kann entstehen zum Beispiel. Es kann sogar ein Blutzucker, Diabetes entstehen, weil man ja auch noch nachts darüber weniger Leistung bringen soll und damit sein Blutzuckerhaushalt länger sein soll. Und all solche Dinge können daraus entstehen, die dann eine Relevanz haben, natürlich auch für die Lebensdauer des Menschen, die dann dadurch sinken kann. Ja, genau. Und zum plötzlichen Herztod. Also eine ernste Sache und umso interessanter, dass man so etwas mittlerweile ja diagnostizieren kann. Und da Sie ja nicht nachts zu einem ins Schlafzimmer kommen, kommt man dann zu Ihnen oder wie funktioniert das? Genau, so muss man sich das vorstellen. Die Diagnostik in der Regel ist natürlich so, dass man einmal erstmal gucken muss, wo liegt das genau dran? Also was ist das für ein Problem und ist es halt im Wesentlichen eine zentrale Fehlregulation oder und eine periophilie Bauweisen-Problematik sozusagen? Und das wird dann geguckt oder auch ein Synopsis aus beiden. Da macht man zunächst ein Schlaf-Screening, das macht der Patient noch zu Hause. Da wird aber nur geguckt, oberflächlich geguckt, ist es was oder könnte es was sein oder ist es nichts? Und wenn es nichts ist, dann wird nicht weiter diagnostiziert. Wenn es was sein könnte, dann geht man in ein richtiges Schlaflabor. Und dann wird eine 12-Kanal-Untersuchung gemacht, wo dann verschiedenste Sachen wie Herzfrequenz, Sauerstoffsättigung, Blutdruck, Kreislauf, ob der Patient ruhig liegt, also eine Videoaufnahme wird gemacht, alle solche Dinge, EEG wird geguckt, Schlafstadien, ob es Schnarchgeräusche von sich gibt, wenn ja welche, ob die Beine sich bewegen. So viele Dinge werden dann bestimmt und gemessen und dann kann man aus den ganzen Parametern gucken, was ist die Ursache und wo ist das Problem. Das läuft bei Ihnen als Tagesklinik, dennoch ein oder vielleicht auch zwei Nächte sollte ich dann zu Ihnen schon kommen. Kann das jeder haben? Ja, das kann jeder haben. Wir haben jetzt seit Anfang des Jahres durch die Landesgesundheitsamtsbehörde sozusagen die Erlaubnis bekommen, eine tagesklinische Zulassung zu führen. Und das ist mit den entsprechenden Kostenträgern aller Krankenkassen abgesprochen. Wir können jetzt jeden Patienten, den es gibt sozusagen, nehmen und der kann bei uns zu einer Diagnostik kommen, die auch dann bekommen, in der Regel nach einer ambulanten Voruntersuchung oder prästationären Voruntersuchung muss das laufen. Und dann kann ein Rahmen der Tagesklinik-Nachtklinik schlafen dann behandelt werden und entsprechend diagnostiziert werden. Und dann, wenn die Diagnose steht, dann wird in einem anschließenden Gespräch die Therapie mit dem Patienten im Zusammenschau festgelegt, die sich ja durchaus in verschiedene Richtungen erstrecken kann. Ja, nochmal zur Schlafapnoe. Also die Frage ist ja, wann muss ich was machen? Bei Atemaussetzern sollte ich auf jeden Fall gucken lassen. Jetzt, es sagten Sie ja vorhin schon, die Schlafapnoe kann einfach dadurch zustande kommen, dass ich zu viel zu tun habe, um einzuatmen. Also mit anderen Worten, die Wege durch meine Nase, durch meinen Mund, in meine Lunge sind nicht so 1a geradeaus, sagen wir mal so. Dann kann ich ja eigentlich so diese lebensgefährliche Erkrankung verhindern, indem ich endlich auf der Seite schlafe, statt auf dem Rücken zum Beispiel. Tatsächlich gibt es sowas. Früher gibt es immer noch sogenannte Rückenlageverhinderungswesten, weil die allermeisten Patienten, vor allem Männer in dem Fall, vor den jüngeren Jahren, auch im Rückenschläferbereich unterwegs sind sozusagen, hat man tatsächlich so eine Rückenverhinderungswesten angeschafft. Aber das ist für den Schlaf natürlich auch nicht so schön, wenn man mit dem Tennisball im Rücken schläft. Das ist manchmal nicht so entspannt. Das ist natürlich richtig, das kann man machen. Man kann darüber hinaus natürlich auch Sachen ändern im Bereich des Lifestyles. Nicht zu spät essen, keinen Alkohol trinken, zu spät regelmäßig schlafen und solche Dinge machen. Aber wenn das jetzt doch eine ernste Sache ist, werden Sie vermutlich auch zu ernsteren Therapiemöglichkeiten greifen, oder? Das ist richtig, ja. Also wenn man jetzt zu diesen 30 Prozent gehört, wo das eben durch eine falsche Bauweise zur Verfügung steht, zum Beispiel, wir haben vorhin Schiefnase gesagt, als Beispiel, das ist ja jedem, was auch in der Mitte des Gesichtes liegt, klar, wenn man sowas sieht, dass das nicht gut sein kann für die Atmung der Nase, kann man diese Nasenatmung verbessern, ja. Und dafür, dadurch, dafür sorgen, dass der Patient besser Luft durch die Nase kriegt, und ihn hier durch den Mund Luft holt, wo dann natürlich Nachrichtgeräusche entstehen. Oder man kann Mandeln verkleinern, Zungengrund verkleinern. Solche Dinge kann man alles machen. Was ist von diesen Schlafmasten zu halten, die da eingesetzt werden? Das ist im Prinzip der Goldstandard bei den ganzen obstruktiven, also den verhindernden, zu verlegenden Atemproblemen sozusagen. Ist das der Goldstandard, die Beatmungstherapie, die nächtliche Beatmungstherapie, die mit Masken über die Nase oder Mund und Nase auch gemacht werden können, die letztendlich mit einem Überdruck den Menschen beatmen und dadurch die Atemwege offen halten. Und solche Sachen, wenn zum Beispiel die Zunge nach hinten fällt, durch den Überdruck im Atemweg, dafür sorgen, dass sie nicht kollabiert und es offen bleibt, und man kriegt dann eben besser Luft. Das ist natürlich das typische sogenannte Hypoventilationssyndrom, also derjenige, der eben zu viel Gewicht hat. Also der, sage ich jetzt mal salopp gesagt, wenn eine Betonplatte auf dem Bauch schläft, ist klar, dass er natürlich viel mehr sich anstrengen muss, um Luft zu holen. Und das hilft eben, diese Beatmungstherapie, das zu unterstützen, dass man eben dann die Atemwege offen hält und der Patient eben keine nicht atmenden oder zu wenig atmenden Phasen dabei hat. Die kann man praktisch vielleicht sogar komplett damit ausmerzen. Verträgt das denn jeder, so eine Maske nachts? Prinzipiell ist es so, aber es gibt natürlich Probleme. Zum einen gibt es Probleme dadurch, wenn man Maskentherapie sich anschaut, nur durch die Nase, kann man durch den Mundluft entweichen, kann man auch Vollgesichtsmasken nehmen. Es gibt natürlich soziale Probleme mit den Bettnachbarn eventuell, weil die Geräte zwar leise sind heutzutage, auch deutlich besser als früher, aber eben trotzdem natürlich zu hören sind. Und dann natürlich auch die Maske und die Schlauchsysteme, die es gibt, auch wenn sie heutzutage sehr klein sind, minimalistisch aufgebaut sind, immer noch zu sozialen Problemen führen können. Dann, das ist das eine, das andere ist, dass viele das auch nicht vertragen, weil die Atemwege zu trocken werden, dann wachen sie davon auf und der Druck ist auch hoch. Die Augen können brennen, weil die Luft entfeicht. Vielleicht gibt es viele Probleme, die damit zusammenhängen, die dann dazu führen, dass der Patient sagt, nee, das kann ich nicht oder möchte ich nicht. Und dann gibt es natürlich dann auch Alternativmöglichkeiten. Welche? Ja, zum Beispiel gibt es die Möglichkeit natürlich, die operativen Schienen, die wir kurz mal angesprochen haben, zu bedienen. Oder, wenn man von den operativen jetzt weg möchte, zum Beispiel ist eins der Hauptprobleme gelegentlich der Rückbiss. Das heißt, der Unterkiefer sitzt zu weit hinten, am Unterkiefer hängt die Zunge, befestigt sozusagen, die Zunge, der Zunggrund in dem Fall fällt nach hinten und verschließt quasi den Atemweg, mechanisch oder abstruktiv. Dann kann man dafür sorgen durch Kieferproduktionsschienen. Und das ist jetzt zwar seit vielen Jahren schon bekannt, dass das hilft, aber erst seit kurzem durch unseren gemeinsamen Bundesausschuss jetzt ja auch, wird das jetzt von den Kostenträgern bezahlt. Das ist neu und hat natürlich den Vorteil einer nichtinvasiven Therapie, die zwar auch zu Unterschieden führt, dadurch, dass man so eine Prothetik, so eine Schiene trägt für Ober- und Unterkiefer, die gegeneinander verschoben werden dann, quasi im Unterkiefer, der Unterkiefer wird quasi im Oberkiefer aufgehängt und führt dann dazu, dass eben ein größerer Atemweg da hinten ist, wo man dann besser Luft kriegt. Und das tatsächlich wirkt auch sehr gut, das kann man in der Messung bestätigen. Das ist sicherlich eine große Möglichkeit, aber es gibt ja auch noch modernere Sachen, vor allen Dingen in dem Bereich, jetzt die neueste Therapie, die wir in unserem Bereich so haben, einmal anzusprechen. Das ist die Zungenstimulation sozusagen. Okay. Das ist so, ich hatte eben ja schon erwähnt, die meisten Verlegungen des Atemwegs finden im Bereich der Zunge, auf Höhe der Zunge, Zungenrund, Gaumen, Mandel, Ebene statt. Genau, die fällt zurück, die Zunge, wenn man auf dem Rücken liegt. Genau. Und dieser Bereich, deswegen ist die Zunge eine der Hauptaktivatoren in dem Bereich, eine gute Problemzone in dem Bereich. Und dann gibt es jetzt die Möglichkeit, eben den Zungennerven aufzusuchen und entweder atmen oder dauerhaft diesen Zungennerven und vor allen Dingen die Anteile des Nervens, die die Zunge nach vorne strecken sozusagen, zu stimulieren und dadurch die Zunge hinten aus dem Atemweg mechanisch quasi durch Stimulation nach vorne zu bringen. Und dann sorgt es dafür, dass der Atemweg eben freier ist und der Mensch kann besser Luft holen. Aha, und das heißt, da wird also der Nerv an der Zunge durch so eine Elektrode vermutlich erreicht. Und wo sitzt der Schrittmacher? Man muss sich das so vorstellen, das ist wie ein Herzschrittmacher, der im Bereich der Brust sitzt, oberen Brustanteile sozusagen, unterm Schlüsselbein. Und von dort aus gibt es bei der Erstversion dieses Gerätes, gibt es heute auch neuere Versionen, gibt es ein Kabel, was im Prinzip die Atembewegung misst im Brusten-Zwischenraum und es gibt dann ein weiteres Kabel, was über den Hals dann hochgeht zum Zungennerven, der hier läuft. Der wird dann aufgesucht in einer Operation. Man stellt dann die verschiedenen Anteile dar, bis man die richtigen Fasern gefunden hat und da wird eine Manschettenelektrode drum gelegt, die dann den Nerven stimuliert, atemabhängig in dem Fall, und dann dafür sorgt, wenn man dann eingeschlafen ist in der Regel, dann geht es erst dann, wird es dann aktiviert, wenn man einschläft. Das kann man selbst machen über eine Fernbedienung, es kann aber auch gesteuert werden, je nachdem, wie man das möchte, wird es dann aktiviert. Und dann ist es halt so, dass im Schlaf die Zunge quasi nach vorne holt und dadurch den Atemweg freier macht und dann kriegt man halt auch gut Luft. Und man hat auch heute gezeigt, also es gibt jetzt schon 5-Jahres-Daten von Patienten, die vor 5 Jahren im Rahmen von Studien implantiert worden sind, dass es auch nach 5 Jahren noch wirksam ist. Spannenderweise auch, wenn man es ausstellt, dann geht es nämlich nicht mehr, das ist ganz spannend, wenn es anstellt, funktioniert es wieder. Das heißt also, man hat da variable Möglichkeiten, das zu bedienen und das hat tatsächlich zu einer Revolution geführt. Schönen Dank für dieses interessante Gespräch. Bitte. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund! Und wir sehen uns wieder auf Facebook und auf Facebook und auf Facebook und auf Facebook. Und wir sehen uns wieder auf Facebook und auf Facebook und auf Facebook.